Atme tief in der Stellung des Kindes. Komme aus der Stellung des Kindes in den Vierfüßlerstand. Hände sind unter deinen Schultern, Knie etwa hüftbreit auseinander. Ziehe mit der nächsten Ausatmung dein Kinn ganz zur Brust. Wölbe deinen Rücken zum Halbmond. Mit der Einatmung streckst du deinen Rücken. Nehme den Kopf sanft in den Nacken, dein Steißbein zieht zur Sonne. Ausatmen, mache dich ganz rund. Einatmen, ziehe dich gerade. Achte darauf, dass du nicht in ein Hohlkreuz fällst. Führe die Übung dynamisch in deinem eigenen Atemrhythmus weiter. Die Katze Majariyasana Majariyasana wirkt sehr ausgleichend. Gluteus Maximus, der große Gesäßmuskel, alle Rückenstrecker, Delta-Muskel, Trapezius und Nackenmuskel werden in dieser Asana gestärkt. Bewege dich ganz langsam und bewusst. Bewege dich ganz langsam und bewusst. Jäublez 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 und bringe deine Aufmerksamkeit in deinen unteren Rücken.